Auf und mal ab! Ich glaub der Peine kann rein zu machen. So! Man sieht schon krass. Oh, Prudenta fährt! Ich weiß nicht, wie geil das aussieht. Tempo! Maximal Speed! Ich find das immer noch so krass, wie schnell das ist. Boah, das zieht durch die Jacke, ey. Wir sind oben! Hallo! Boah! Ach, die Köcke! Das ist ja... Schlimmer! Ja, aber nur vom Feeling her. Jetzt kommt die Aussichtsrunde. Guck mal, alles hier oben ab. City Skydiner, Apollo, Skyfall fährt hoch. Ach, ist das schön! Ich liebe Soast! Tempo! Eięcy! Das war's. Es ist auch im Gesicht kalt. Ende. Zum Glück habe ich einen Schal. Lecker und auch voll. Jetzt merke ich gerade, dass es doch ein wenig kalt ist. Die Bilder werden alle kacke. Warum die vom Anfang ist doch bestimmt gut. Kacke, 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 kacke. Ja, ok. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Der Manni ist halt groß. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut.